Am 20.10. kam das neue Update und damit Vera 2.0 raus. Dies brachte sehr viele Neuerungen mit sich, schaut dazu gerne mein Video über die Patch Notes an. Ich werde auch noch viele Videos zu Vera machen, zum Beispiel wie ihr Return Points bekommt, genaue Infos über das neue Gear Item des Combat Engine, ob sich Ruby zum Pullen lohnt, Mira und Vera Coin Guides und generell zu Tower of Fantasy. Also lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen oder ihr fragt mich alle eure Fragen bei mir live auf Twitch. Mit Vera 2.0 erhielten wir das Wüstengebiet und die wunderschöne Cyberpunk City Majoria. In beiden Gebieten gibt es einige neue Dinge zu entdecken und neue Mechanics, um einen Puls zu bekommen. Wenn ihr komplett neu seid, dann schaut am besten vorher mein Video alles, was man über Erkundung wissen muss. Dort sind alle Basics erklärt. Heute gehen wir nur auf Vera ein. Wie immer sind alle Quellen unten in der Videobeschreibung und auch die Timestamps könnt ihr dort finden, um zu dem Part zu skippen, der euch am meisten interessiert. Erst sprechen wir über das Wüstengebiet und dann über die Cyberpunk City Majoria. Ich erkläre euch, wie ihr am leichtesten die Map abfarmen könnt und erkläre euch einige Neuerungen zu den Raumrissen, die Map aufdecken, den Sternentoren. Dann sprechen wir über die neuen Weltbosse und deren Belohnungen. Dann erkläre ich euch, was es mit dem Grau Raum auf sich hat und wie ihr da hinkommt und was es dort gibt. Anschließend, wie ihr Vera und Mira in der Wüste findet. Zudem erkläre ich euch die Neuerungen der Passwortruhen. Und zum Schluss erkläre ich euch jedes Rätsel im Detail, um an die Pulls zu gelangen. Dann sprechen wir über Majoria, die Cyberpunk City. Da zeige ich euch zwei kleine Geheimtipps. Dann sprechen wir über die NPCs und Tasks, die euch Welterkundung geben. Anschließend, ganz wichtig, gehe ich auf die Mira Minispieler ein. Dazu mache ich vielleicht noch ein genaueres Extra-Video. Und zum Schluss sprechen wir über die Gachapon-Maschinen, die besonders für Free-to-Play-Spieler von großer Bedeutung sein können. Bei der Erkundungsbelohnung erhaltet ihr sehr nice Sachen. Rote Puls, rote Matrizenpuls, schwarze Kristalle und ein neues Item, um den Suppressor später aufzuleveln. Bis man dahin kommt, dauert das allerdings noch etwas. Dazu muss man erstmal über 77 Kaka erreichen. Wie auch in den Gebieten zuvor, gibt es wieder Aussichtspunkte zu finden, Türme, um die Map aufzudecken, verschiedene Rätsel und eine Liste an Monstern, die man für die Erkundung besiegen muss. Generell, um alle Puls zu finden, ist es am einfachsten, die interaktive Map zu benutzen. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch auch einloggen, um jeden Pull, den ihr findet, abzuhaken. So könnt ihr ganz systematisch vorgehen und vergesst gar nichts mehr. Manche Puls sind schwierig zu finden. Dafür posten dann einige Spieler Bilder dazu, die sind immer recht hilfreich. Kleiner Tipp, in der Rezeption findet ihr zwei Gold-Puls, die man schnell übersieht. Für den einen müsst ihr knapp hinter den Tresen, fliegt hoch, klettert an der Wand lang und dort ist der eine Pull. Den anderen findet ihr weiter hinten, bei dem Buff Table, so nenne ich es, die Service Station. Dort fliegt ihr drauf und sammelt das Glitzernde ein und dann erhaltet ihr den weiteren Pull. Doch wenn ihr euch an die Karte haltet, solltet ihr eigentlich gar nichts verpassen können. Es gibt auch in Vera wieder Raumrisse. Dies sind Teleporter, die ihr am besten als erstes auf der ganzen Map ansprecht, um diese freizuschalten. Zwei sind etwas schwieriger zu erreichen. Den einen findet ihr im Treibsand und den anderen in so einer Pilzgrotte. In dieser Pilzgrotte findet ihr auch die Pilzrätsel zur Erkundung der Map. Doch dazu später etwas mehr, wenn ich auf die ganzen einzelnen Rätsel eingehe. Den Teleporter in der Pilzhöhle schaltet ihr frei, indem ihr euch zu dem Teleporter in der Nähe portet und circa in Richtung des ausgegrauten Teleporter lauft. Ist ein bisschen schwierig. Ich zeige es euch mal. Hier läuft man so rum und dann lässt man sich ganz langsam runterfallen. Und dann sieht man das Licht von dem Teleporter, der leuchtet so ganz nach oben in die Höhe. So ein gelber Schein. Dem müsst ihr folgen. Und dann findet ihr den Teleporter auch. Bei dem in der Wüste, der ist im Treibsand versteckt. Da müsst ihr auf so Swirls im Sand achten. Es gibt anscheinend mehrere Treibsandflächen mit diesen Swirls. Und die führen in so eine Untergrundstadt sozusagen. Die ist miteinander verbunden. Ist so ein Tunnelsystem. Den Teleporter erreicht ihr am besten von dieser Stelle hier aus. Entweder von oben, dann seht ihr es am besten. Da müsst ihr aber erstmal auf die Steine klettern. Oder von unten. Das geht natürlich auch. Dann fliegt ihr erst auf diese kleine Insel. Und von dort aus dann weiter zum Strudel. Und dann lasst ihr euch einfach in den Sand versinken. Genau da, wo der Strudel ist. Und wenn ihr durchgefallen seid, dann seht ihr schon den Teleporter dort. In der Nähe. Um die Map aufzudecken, sind es in Vera nicht mehr diese großen Omnium-Türme. Sondern Geländedatenboxen. Diese sehen so als Symbol auf der Map aus. Und so sehen sie im Spiel aus. Wenn ihr sie ansprecht, decken sie den jeweiligen Teil auf der Karte auf. Generell wurden die Belohnungen der verschiedenen Sachen mit dem Vera 2.0 Update erhöht. So auch die Sterntore. Drei Sterntore erkennt ihr nun daran, dass ihr von dem ersten Item 3 erhaltet und von dem zweiten Item 2 erhaltet. Ohne zum Tor laufen zu müssen, um es anzusprechen. Das hat sich geändert. Mit Vera gibt es nun auch zwei neue Weltbosse. Einmal Magma und einmal Rudolf. Den Magma-Boss findet ihr hier auf der Map. Und den Rudolf-Boss findet ihr hier auf der Map. Diese droppen beide dieselben Items. Daher empfehle ich den Magma-Boss. Der ist um einiges einfacher zu besiegen. Mit Glück erhaltet ihr ein gutes neues Rüstungsteil. Das Beste, was ihr dort als zufälligen Wert bekommen könnt, ist übrigens prozentualer Elementar-Damage. Zudem bekommt ihr die lila und goldenen Kristalle. Mit denen könnt ihr im Shop auch das neue Rüstungsteil kaufen. Also sehr wichtige Bosse. Ihr erhaltet die Belohnung allerdings nur mit den goldenen Schlüsselkarten. Die ihr aus der wöchentlichen Belohnung erhaltet bei 300 und 600 Punkten. Der Grauraum ist eine gefährliche Zone, die ihr erst mit Level 74 betreten könnt. Oder ihr habt 40% Erkundung in Vera erreicht. Dort kämpft ihr am besten mit einem Team gegen Monster innerhalb einer Zeitspanne von 8 Minuten. Als Belohnung bekommt man zum Beispiel goldene Nucleus, Omnium Crystals, mit denen man den Suppressor leveln kann, Goldstaubkugeln, die neue Währung Mira und vieles mehr. Vera und Mira Tungs erhält man durch verschiedene Aktionen. Vera Coins bekommt ihr durch Daily Aufgaben und sie fliegen in dem Wüstengebüt einfach herum. Um diese zu finden, schaut ihr am besten in die interaktive Map. Und wenn ihr Monster killt, dann kommen auch manchmal ein paar Vera Coins. Zudem erhaltet ihr die Vera Coins auch, indem ihr Typ 1 und Typ 2 Supply Ports im Wüstengebiet öffnet. Mira Coins erhaltet ihr am besten aus Passwortruhen mit Chips oder durch die Daily Mira Minispiele in der Cyberpunk City. Dazu später mehr, wenn ich über Maioria spreche. Außerdem erhaltet ihr Mira durch die Main Quest oder durch die Open World im Wüstengebiet. Dort fliegt das Mira nämlich auch einfach rum. Zudem findet ihr in der Cyberpunk City manchmal kleine glitzernde Punkte auf dem Boden. Dort kann auch Mira versteckt sein. Vor Vera 2.0 habt ihr hoffentlich eure lila und blauen Passwortchips gespart, denn nun ist die Zeit zum Ausgeben gekommen. In Vera befinden sich die Passwortruhen wie in dem Gebiet zuvor auch, doch diese beinhalten nun die Währung Mira. Aus einer lilanen Truhe bekommt ihr 50 Mira und die blauen Passwortruhen kann man nun mit dem Multiplikator mal 5 öffnen. Öffnet ihr diese mit dem Multiplikator auf 5, so bekommt ihr ebenso 50 Mira. Mira ist eine super Währung, die man für sehr viele verschiedene Dinge braucht in Maioria, wie zum Beispiel die Gatterpornmaschinen oder die Automaten, mit denen man sich andere Items kaufen kann. Oder auch Buffs wie zum Beispiel XP-Boost-Buffs. Nun kommen wir zu den verschiedenen Rätseln in dem Wüstengebiet. Der Kaktus, den müsst ihr nur anhauen, dann kommt da so ein Kern raus, den schlagt ihr noch einmal und dann bekommt ihr den Pull. Die freundlichen Echsen, den müsst ihr mit der Emote-Funktion im Chat freundlich zuwinken, dann gräbt ihr euch den Pull aus. Den hungrigen Kleintieren müsst ihr Essen geben. Das kann alles mögliche sein, anscheinend sogar Food von Asperia. Sammelt also alles ein, was ihr nur könnt an Essen, während ihr die Welten erkundet. Dann habt ihr immer das richtige Item parat, das das Tierchen möchte. Wenn ihr es ihm gegeben habt, dann buddelt er auch einen Pull aus. Wo die ganzen Items zu finden sind, ist natürlich auch in der interaktiven Map vermerkt. Dann gibt es noch diese Kapseln, die muss man schnell ansprechen, bevor sie sich schließen. Entweder rennt ihr so schnell wie möglich hin mit einem Dash oder lasst euch mit einem Greifarm schnell hinziehen. Oder ihr macht es mit dem Unsichtbarkeitsmantel-Relikt ganz auf entspannt. Beim Steinpuzzle müsst ihr euch so hinstellen, dass ihr das Symbol seht und sich dann zusammenfügt. Bei den glitzernden Löchern müsst ihr in der Nähe ein Tier finden. Dafür folgt ihr dem Gras auf dem Boden. Dies sollte euch zu dem Tier führen. Dann müsst ihr ihn nach Hause begleiten und vor lauter Dankbarkeit gebt ihr euch einen Pull. Die Elementartürme funktionieren so. Es gibt unterschiedliche mit verschiedenen Farben. Je nach Farbe hat es ein anderes Element. Lila gleich Volt, Orange gleich Feuer und Blau gleich Eis. Dafür könnt ihr auch SR-Waffen benutzen, wenn ihr von dem Element keine SSR-Waffe habt. An dem Teil dran sind so Striche, die zeigen euch, in welcher Richtung die Kugeln des Turms zu finden sind. Habt ihr die Kugeln gefunden, müsst ihr sie mit dem passenden Element hitten. Dann geht ihr wieder zum Turm zurück und erhaltet dort den Pull. Für das Pilzrätsel müsst ihr erstmal den Untergrund finden. So sieht es von außen, von draußen aus. Da ist die Pyramide und auf der anderen Seite ist dieser Campingplatz oder was auch immer. Da wo der andere Teleporter ist. Und das Ganze ist dann hier auf der Map zu sehen. Da ungefähr müsst ihr dann runterspringen und da ist dann auch der Teleporter, um zu den Pilzen zu gelangen. Das Pilzrätsel geht so. Ihr sucht in der Umgebung so lila leuchtende Kristalle und holt euch das in Energie und bringt diese Energie zum Pilz zurück. Und das Ganze müsst ihr dreimal machen. Dann kommt der Pult zum Vorschein. Dann gibt es noch Erdmännchen, die mit euch Hütchen spielen. Der richtige ist der Glitzernde. Alle tauchen unter und ihr müsst den, der geglitzert hatte, mit den Augen verfolgen, um dann, wenn sie stehen bleiben, das richtige Loch mit dem glitzernden Tier anzusprechen. Habt ihr richtig getippt? Gebt er euch ein Pull. Nun kommen wir zu Majoria, der Cyberpunk City. Diese befindet sich in der Pyramide. Kleiner genereller Tipp für Majoria City. Wenn ihr mal lost seid, dann könnt ihr euch immer zum Luftportal teleportieren, um anschließend ein Taxi zur gewünschten Location zu nehmen. Auch ein wichtiger Tipp, beim Management Center könnt ihr euch einen free blauen Combat Engine abholen. Dort wäre so ein glitzernder Punkt auf der Bank. Ich habe ihn leider schon abgeholt. Die erhält man sonst nur durch den Hardcore Mode Raids. Super lucky von Weltbossen. Dafür braucht ihr goldene Währerschlüssel, die ihr von den wöchentlichen Belohnungen bei 300 und 600 Punkten erhaltet. Oder durch den neuen Shop, dessen Währung ihr durch Weltbosse erhaltet und durch Raids im Hardcore Mode. Den Hardcore Mode könnt ihr aber auch erst freischalten, wenn ihr den normalen Modus zumindest einmal absolviert habt. Außerdem erhaltet ihr die lila und goldenen Kristalle durch Errungenschaften. Dann könnt ihr in Majoria noch mit den NPCs sprechen. Die geben euch Welterkundung. Mit welchen NPCs ihr sprechen müsst, erkennt ihr an den kleinen Sprechblasen auf der Map. Zudem gibt es auch verschiedene kleine Tasks, die ihr machen müsst, um eure Welterkundung voranzuschreiten. Diese erkennt ihr durch die blauen Ausrufezeichen auf der Map. Die Mira Minispiele sind sehr wichtig. Mira ist eine neue Währung und ist extrem wichtig für Gachapons. Tägliche Buffs, die man sich kaufen kann. Automaten, wo man sich verschiedene Dinge kaufen kann, wie Flaschen, die euch unterschiedliche kleine Buffs geben, wie zum Beispiel eure Geschwindigkeit erhöhen. Oder andere Automaten, die euch Fahrzeugteile geben. Oder so witzige Items, mit denen ihr euch verwandeln könnt und so weiter. Neue Gerichte könnt ihr mit Mira kaufen. Oder Buffs, wie zum Beispiel einen XP-Buff und mehr. Ich empfehle allerdings für nichts dieser Sachen euer Mira auszugeben, sondern euer Mira lieber in die Gachapon-Maschinen zu investieren. Die anderen Sachen sind entweder nicht worth oder könnt ihr auch anders erhalten. Wie zum Beispiel die Gerichte, da geht ihr zum Beispiel auf die Tower of Fantasy Index Seite. Dort sind auch alle Gerichte aufgeführt von Vera. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann braucht ihr dafür euer Mira gar nicht ausgeben. Und in den Gachapons sind eben SSR-Matrizen, daher sind die viel mehr worth. Wie man die Minispiele spielt und sonst Mira bekommt, dazu mache ich noch ein extra Video. Doch ihr findet bisher sechs dieser Minispiele in Vera 2.0. Diese müsst ihr erst finden, damit sie danach auf der Map auch zu sehen sind. So sehen die Dinge aus, die ihr für das Minispiel anklicken müsst. Auf der Map erscheinen sie euch anschließend dann so. Hier seht ihr alle Standpunkte. Die Locations findet ihr ansonsten auch ganz einfach über die interaktive Map. Ein Guide zu jedem der kleinen Minispiele würde das Video hier komplett sprengen. Aber wenn ihr dazu ein Guide haben möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Gachapon-Maschinen. Die sind sehr nice. Dort könnt ihr nämlich mit Glück SSR-Matrizen ziehen. Es benötigt 10.000 Mira, um eine Maschine leer zu kaufen. Dies entspricht 200 lila Passwortchips oder 1000 blaue Passwortchips. Als Free-to-Play ist es wichtig, für welche Maschine ihr euch entscheidet. Denn ihr kommt nicht so schnell an die SSR-Matrizen dran. Bei CN war es so, dass die roten Gachapon-Maschinen die wichtigsten waren. Denn in der ersten Stage der roten Maschinen erhielt man Samir-Matrizen. Und wenn diese leer war, bekam man die zweite Stage, wo dann Crow-Matrizen drin waren. Doch dies kann jetzt anders sein auf dem Global, denn sie haben die Belohnungen geändert. Nun weiß noch keiner, wo und ob sich die Crow-Matrizen irgendwo befanden. Daher, wenn man sicher gehen will, erstmal abwarten, bis die ersten die Gachapon-Maschinen leer gemacht haben. Wenn ihr nicht warten wollt, dann geht einfach drauf, was ihr haben möchtet. Es gibt ja verschiedene Gachapon-Maschinen mit unterschiedlichem Inhalt. Diese findet ihr mit diesem Symbol auf der Map. Für manche Maschinen braucht man Vera-Coins. In den Maschinen sind auch wichtige Items zu holen. Diese Maschinen findet ihr hier auf der Map und außerdem noch dort auf der Map. Vera-Coins erhaltet ihr durch Daily-Aufgaben und draußen in der Wüste fliegen diese auch herum. Auch hier empfehle ich wieder die interaktive Map, um diese schnell ausfindig zu machen. Zudem erhaltet ihr die Vera-Coins auch, indem ihr Typ 1 und Typ 2 Supply-Ports im Wüstengebiet öffnet. Und wenn ihr Monster killt, dann kommen auch manchmal ein paar Vera-Coins. Und auch bei den Glitzerpunkten in der Cyberpunk-City kann sich Vera hinter verstecken. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Für mehr Tipps und Tricks schaut auch gerne auf meinem Discord vorbei und besucht mich auf Twitch. Dort beantworte ich all eure Fragen gerne live. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg beim Erkunden von Vera 2.0.